Jo, hallo liebe Leute, wir sind wieder zurück bei Neverball und wir waren stehen geblieben bei den schweren Leveln. Neverball schwer. 25 herausfordernde Levels für erfahrene Spieler. Versuchen sie die Bestzeit meist zu wünschen und schnell entsperren, Rekorde zu brechen? Ähm, nö. Ja, hier waren wir stehen geblieben bei Level 5. Sie schaffen es, sie schaffen es. Ja, davon gehe ich auch... Ach, das ist auch noch berghoch. Och nö. Ja, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ich hätte gedacht, dass wir einfach bloß runter wollen. Okay. Okay, wir müssen uns hier oben auf die... Hoch, 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 los, los, los. Wir müssen uns ein bisschen auf die roten Münzen konzentrieren und relativ schnell durchziehen. Ich hoffe, oben gibt es noch ein paar blaue Münzen. Okay, Fail. Da oben gibt es noch eine blaue Münze. Okay. Das heißt... Wir verzichten mal hier oben auf die... Die hole ich mir aber mal. Oh! Das war jetzt nicht so toll, oder? Halt, 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 halt! Okay, die Münze hole ich mir. Komm. Komm schon! Nimm die Münze! Was ist denn hier schon wieder los? Dann können wir nämlich hier oben einfach durchziehen. Oder auch nicht. Das reicht, glaube ich, nicht. Nee, reicht nicht. Bang! Und ist immer runtergefallen. Okay, dieses Level ist theoretisch machbar. Oh! So natürlich nicht, aber immerhin. Ob hier vielleicht die manuelle Perspektive besser geht. Ich glaube, es ist eigentlich fast schon nicht. Das ist schon in Ordnung hier so, wenn man das dann raus hat. Diese Verfolgerperspektive nenne ich es einfach mal. Oh, jo, jo. Das hat jetzt schon relativ Zeit gekostet. So, und jetzt hoch. Sehr gut. Äh, bleib oben, du Münze! Shit, jetzt sind wir gleich noch zweiter. Wäre jetzt der Fehler nicht gewesen, wäre das deutlich schneller. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt ein wenig optimistisch an der Stelle gerade gewesen. Also mit Gemach, Gemach. Die rote Münze hätte ich gern noch. Danke. Die roten Münzen hätte ich auch gern noch. Vielen Dank. Bremsen. Halt, 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 halt. Nicht wieder runter. Vorsichtig, die Münzen. Einen reicht, glaube ich. Weil hier oben gibt es ja auch noch ein paar. Mist. Halt, halt, halt. Oh. Wenn man dort runterfällt, dann hast du es gleich... Du kannst es gleich vergessen. Das hätte ein bisschen das relativ auf dem ersten Versuch schaffen, dort hochzukommen. los, 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 das schaffst du da. Ja, halt, 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 halt. So, und jetzt nur noch irgendwie... Die rote nehme ich mir nochmal mit. So, und jetzt hier hoch. Vorsicht. Ja! Ha! Bingo. Das war doch nicht so schwer. Level 6. Äh, hier ist wohl zu wenig Boden. Hoffentlich macht das nix. Och, nö, schon in Ordnung. Nö, macht nix. 60 Münzen brauchen wir. Das heißt, ich werde erstmal dort einfach zu den blauen Münzen fahren. Ich glaube, hier wäre die manuelle Perspektive schon interessant. Ah. Ich glaube, ich werde mal umschalten. Wo ging denn das hier? Hier, manuell. Kann man nämlich ganz einfach hier durchruschen. Was heißt die 30 dort oben? Ist das die Framerate? Habe ich die gerade mit irgendeinem Tastendruck eingeblendet? Na, egal. Bleibt es einfach dabei. Da seht ihr, dass hier konstante Leistung anliegt. Sozusagen. Uff, halt, 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 halt. Stehen bleiben. 22 Münzen brauchen wir noch. In der kurzen Zeit und Fail. Halt, halt, halt. So. Und rüber. Und rüber. So, jetzt müssen wir dort hinten einfach hier wieder hin. Halt. Oh, das war aber jetzt riesen Glück gehabt. Was? Wie will man das schaffen in der Zeit? Vermutlich gar nicht. Ja. Georgier. Ready, set, go. Ach, Mensch, das ist doch wieder die faule Kameraperspektive, was macht die? Ach, Mensch, das ist doch wieder die Fächer. So. Und jetzt? Halt, 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 halt. Ah. Ah, es ist doch... Wie finden das? 20? Oh. Och, das ist immer, wenn man dort an so eine Kante kommt, dann ändert der plötzlich die Richtung. Ein Stück vor und jetzt nicht. Kann man hier irgendwie abkürzen, dass man einfach hier irgendwie geradeaus drüber krachen kann. Ach, Moment. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Ob das funktioniert, wenn ich einfach hier, ich sag mal... ...die Kanten einfach nur mitnehme. Ja, so. Eigentlich war das jetzt nicht geplant, aber... ...einfach hier so hin und her. Und an den entscheidenden Stellen muss ich... ...und da habe ich ja mit diesem Spiel was eingebrockt, Leute. ...so was geht auch nicht. Ach, kannst du bitte ruhig sein, du Frau. Du nervst einfach. Halt, 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 halt. Hallo, es kommt schon. Ah. Halt, halt, halt. Och, nee. Leck mich doch. Hm. Dieses Level ist... ...dumm. Ah. Geht sowas nicht, wenn ich mich einfach hier so hin und her... ...bewege? Scheint doch zu gehen. Das ist jetzt unsere Taktik, ja, für dieses Level. Jetzt habe ich mal schon wieder Zeit. Hm. So, jetzt sind wir, glaube ich, exakt gerade. Und jetzt kann ich einfach nämlich... ...och, Mensch. Ah. Halt, 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 halt. Anhalten. Stopp. Und jetzt müssen wir noch irgendwie da drüber kommen. Innerhalb der Zeit. Hm. Nein! Das wäre es jetzt gewesen. Aber ich glaube, wir hätten das dann nicht mehr ins Ziel geschafft, oder? Das war jetzt aber Glück. Das war jetzt massives Glück. Ich glaube, dass wir da nie abgeflogen sind, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich brauche jetzt eigentlich bloß... Nein! Och, nee! Oh, das wäre es jetzt gewesen. Oh, ist das dumm. Ist das dumm, Leute. Das kriege ich doch so nie wieder hin. Oh, l-Wort. L-Wort. Oder eher das F-Wort, je nachdem. Wenn ich mich genau auf die Kante stelle... Ich glaube, das wird unten, oder? Was ich blöd finde, wenn man hier... Sobald man beschleunigt, geht die Kamera nach unten, so ein Stück. Das ist... Was vielleicht daran liegt, dass sich der Boden kippt. Okay. Gut. Halt. Halt, habe ich gesagt. Halt. Muss ich jetzt lang... Da lang... Andere Richtung drehen. Andere Richtung drehen. Nur keine Panik. Nein! Los, 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 los! Oh! Leute, das war jetzt aber... Ist nicht, wow. Nächstes Level ist... Neverball. Der Boden ist so flach, wie sie ihn sich machen. Ne, komm Leute, das machen wir euch in der nächsten Folge. Das war jetzt schon der Hammer, das Level. So, da ich mich einfach mal auf die nächste Folge... Für die nächste... Äh... Bis zur nächsten Folge natürlich verabschiede. Dann spielen wir dieses Level hier. Level 7. Und bis dahin sage ich einfach mal... Tschüss. Bis dahin. Bye-bye. Bye-bye.